hallo und herzlich willkommen zurück zu minecraft ja und hast du überlebt ja nicht lustig so jetzt klopft immer noch feuchte hände schweiß auf der stirn nein ich übertreibe aber nicht ganz also leicht feuchte hände und jetzt klopft ach du hast hier oben die ganzen hügel ausgeleuchtet ich habe oben nicht oder war ich das noch keine ahnung so da müssen wir war das jetzt richtig ja doch war richtig das wird jetzt sehr seltsam zum bauen ganze treppenhaus nach oben im moment hopps 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 vielleicht kann ich dann von dem leuchtturm aus noch mal ein schiennetz anbauen da hätten wir im zu kurzen bereich zu viele schien hier ist auf jeden fall dunkel habe ich noch steine jawohl so und sieht man jetzt auch von hier aus schön den hafen oder guck mal wer kommt guck mal wer kommt ach scheiße ich höre dich erschrecken guck mal wer da kommt jetzt gucke ich gerade aus dem fenster raus hier aus diesem fenster habe ich gerade geguckt und dann kommt auf einmal wer angelaufen so ich habe den stein mitgebracht oder soll ich das jetzt irgendwo brennen oder so jetzt wollen wir ganz kurz gucken du könntest den brennen wenn du willst aber wir könnten auch vorher kurz schlafen gehen wir könnten eventuell hier auch dann schon irgendwo betten reinsetzen ok vielleicht nicht blöd sonst müssen wir hier immer so weit laufen ich wollte sowieso deswegen wollte ich hier unten auch dieses lagerhaus bauen damit geht jetzt dein baumaterial hier nach unten verlangen können ach schon alte angeboten ja echt die tür vor der nase ja klar na er lässt uns auf meine seite sehr schön sehr schön hallo hallo das ist auch geil oder jetzt überleg mal wenn du so in minecraft ehepaar die schlafen in rüstung die gehen mit einem diamantschwert in den wett das ist ja auch so eine furie da musst du uns nicht verteidigen gleich hackt so nicht los nicht los äh da drin sind Öfen hä kann man die hier nicht nehmen doch auch aber da drin sind noch mehr na gut so jetzt die jetzt guck mal hier sind schon fertig da kannst du welche rausholen fertige drin naja das ist ach da sind überall fertige drin nimm du die mal raus sonst ist das selbe schweiz wenn ich das mache ich glaub ich hab auch irgendwo oh hall ja regen an regen aus schimpler äh ich hab hier ähm wir müssten auch eben noch genügend leder drin sein dass du den rucksack bauen kannst ähm ich hab auch ähm jetzt mal das gold und eisen erz auch oder ja kannst du machen und wenn man nicht genügt doch da 47 leder habe ich noch drin das andere zeug sortiere ich dann mal das andere zeug sortiere ich dann mal ich baue dir mal schnell einen fixen rucksack okay ähm hier rucksack ja ich werfe den raus kann ich hier keinen rucksack upgrade machen nee hier warte hier hast du nee moment ich hab'n äh wir haben hier nen enderman drin ne hey hallo hier hey hau doch nicht ab danke ja komm ran da kühlst du einen auf den kopf so kohle hab ich da rein äh genau so ich baue weiter jaja sieht ein bisschen komisch aus weil ich hier überall außerhalb einen block vergessen habe ich blau kopf deswegen sieht das nee das sind die fenster ach Gott ähm das sind die fenster die so komisch aussehen ähm pass auf ich packe dir mal dieses olivine packe ich dir mal zu den diamanten weil das ich hab'n noch irgend so ne erzzeug glaube ich heißt die kiste erzzeug ach ja erzzeug und da hab' ich den ganzen ranz reingeworfen ja 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 ähm ach da ist auch salz drin perfekt und das äh schwarzen war wo hast du sowas haus auch da rein ok gut gut außer wenn du amethisken findest amethisken haust du ne diamantkiste rein ne hab' ich nicht gefunden so gut achso plöps 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 alter warum baue ich hier immer ah so hier hab' ich jetzt hier abstand 1 2 3 4 5 7 aus dem quazit machst du noch ziegel oder so hast du gesagt ne ach äh ja also aus dem gebrannten quazit mhm aber wie ist also der ganze boden von der hafenanlage zum beispiel besteht aus dem normalen cobblestone quazit also dem was man so normal abbaut und bekommt mhm die wände der häuser aus gebrannten die mauer aus keine ahnung soll ich dir jetzt noch ziegel machen ähm ne lass die mal gebrannt erst mal ich kann auch dann hier mal zeigen ähm wie hat dann so die lagerhäuser entstehen sollten oder so vielleicht willst du da ja schon mal was äh die betten wollten wir nicht irgendwie betten hier hin holen nein äh ja kannst du auch machen weil er müsste ja auch in tierloot zeugs kiste irgendwo drin sein wenn nicht dann klopst du einfach ein paar schafe tot oder nimmst du die schere her oder nimmst du die schere her kannst du auch die schere her nehmen ja mach ich doch die schere ich krieg doch doch mehr raus wenn ich nicht irre kann aber sein dass ich nicht irre doch doch du bekommst mehr raus ja ne wo ist ein tierloot zeug hm wie mach ich das hier jetzt hm 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 alles klar das wird eine ziemlich aufwändige treppe werden das wird sehr aufwendig Ach du Schande. Ach ja, die Zeltemusik ist schön. Oh! Ja. Wie furcht ein Flügel. So, ich hab ein Bett. Ja, die, äh, hier, boah, äh, danke. Da, hast du Bett. So, ähm, genau. Funktioniert das? Ah, funktioniert. Ach, das wird eine aufwändige Treppe. Ich hoffe, die funktioniert auch wirklich so. Doch, ja. Ja, und dann der Leuchtturm. Da bin ich echt gespannt, wie groß der wird. Der muss aber verhältnismäßig groß werden, oder? Wenn die Gebäude schon so riesig sind. Mhm. Das sind ja zum Teil nur zwei oder drei Stockwerke Gebäude, was ich da gebaut hab. Ja, du magst zwar eher große Gebäude. Ach, wir haben was. Ich mein, die Kneipe ist jetzt kleiner als die andere, die wir noch nicht zeigen. Mhm. Achso, ne, ich hab doch den Wagen. Ich brauch doch gar nicht die Dings hier. Hier machen wir normalen Quazit als Boden. Ne, der muss weg. Der muss weg. Tschüss, Block. Mach's gut. Ich mag... Ich mag... Ich mag... Ich mag... Ich mag keiner hier haben. Hahaha. Das ist Mobbing. Das ist Block Mobbing. Haha. Block Mobbing. Block Mobbing. Mhm. Mhm. Oh, ich höre Zombie. Wo ist denn Zombie? Wo bist denn du? Ja, wie da unten. Ach, ok. Ach, ich dachte schon, hä, es ist doch mitten im Tag. Na komm doch mal her, du kleines Pimpding. Au! Du bist da. Aber diese Kleinen, die sind immer kacke. Mir bin ich sehr nervig. Oh, ach so, ja genau. Über die Schienen. Das war der Weg. Ich erinnere mich. Oh. Hä? Oh, nicht hier runterfallen. Das ist falsch. Äh, bei die Schienen... Ab, äh, ich glaube der zweite Gang, wenn du die Schienen wieder rausrennst, ist ein zweiter Gang rechts rein. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich lauf einfach irgendwo her. Aber warte, 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 das ist ja der falsche Stein. Moment. Das bringt nichts. Hm. Was? Nochmal. Ne, ich hab's. Ok. Das ist auf jeden Fall der richtige Stein. Also bleib ich einfach hier. Genau, also wo du den Stein abbaust, ist eigentlich egal. So, Redstone nehmen wir noch mit. So, jetzt ist es noch ein bisschen dunkel hier. Wie schnell ich mich auch an dieses dumme Licht links und rechts hier gewohnt hab, gell? Wir sind immer so hell wie am Tag. Und wir haben's jetzt zwei. Wir haben's nicht mitten am Tag. Nein. Sagen wir's so. So. Leute, eventuell schaffen wir's mal, dass wir ausnahmsweise ein Projekt abschließen. Was? Bevor wir ein neues anfangen. Das würde ich wirklich machen, oder? Ja. Dann würde ich ein Projekt abschließen. Was ist denn da kaputt? Mhm. So. Die Treppe nach oben. Und den Leuchtturm. Und dann geht's weiter mit dem Hafen und alles. Und dann die Stadt dahinter. Ich hab schon Vorstellungen. Jahre wird das dauern, Leute. Jahre, bis das hier fertig wird. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Oh, die Spiele. Ja, was sollen sie dagegen tun? Hm? Was? Was? Abschalten. Guck zu mir rüber. Ich beende meine Projekte auch. Nie. Ja. Ich hab einfach keine Projekte. Dann kann mir auch keiner vorwerfen, ich hätte es nicht beendet. Bei mir ist das alles etwas chaotisch wäre. Shit! Ja. Was passiert? Nix. Bist du ins Wasser gefallen? Nein. Ich hab aus Versehen den Block falsch gesetzt. Ach so. Das ist doch nicht so schlimm. Doch. Das ist... Verspendete... ...Haltbarkeit auf der Spitzhacke. Ah ja. Ja gut, mittlerweile haben wir genügend Diamanten. So. Oh, wir sind noch mehr Eisen. Ach, du Schwanz in Eisen. Und da ist schon wieder dieses komische Zeug. Oh. Das ist sogar mehr. Normalerweise war immer nur ein Feld davon. Diesmal sind es zwei. Von dem Grünen? Hm. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dem machen kann. Müsste ich mal gucken in dieser Werkbank und mit die Rezepte... Ach so, dann könnte ich ja mal gucken, gell? Wegen die Rezepte. Hm. Was ist das denn? So. Tunnel ist fertig. Hm. Muss jetzt nur noch ausgeleuchtet werden. Hier. Hier. Da. Ist doch wunderschön hier. Jetzt können wir schon mal hoch zu den Dummleuchtturmen. So. Ich hör irgendwas. Hm. Das ist jetzt das Turmfundament hier. Da war voll klug von mir, dass ich hier schon mal den Boden gesetzt hab. No. Oh, ich bin jetzt. Hmmm. No. So machen wir das. Ich frag mich, wo der Creeper hängt. Was? Was denn? Nichts. Okay. Alles okay. Ich hab ja so ein Gut, dass ich meine verhaftetste Arbeit hier gerade, dass ich das mache. Ich hab ja noch gesagt, du kannst auch was anderes machen. Nee, jetzt mach ich das. Sonst heißt nachher, oh, die tolles Mädchen, ey. Halt einfach den Mund. Ach, ja. Okay. Au! Verdammte Hacke! Diese bösartigen Kiesdinger! Der ist mir auf den Kopf gefallen. Ich erkenne hier überhaupt nicht... Leute, jetzt mal kurz nebenher, ne, dass ihr mich für völlig bekloppt haltet. Aber ich erkenne diese ganzen Steine nicht, weil ich nicht in dieser, äh, in dem Dings spiele, in diesem... Ach, wie heißt denn jetzt? Ähm... Äh... Liff. Äh, das spiele ich nicht. Daher erkenne ich diese ganzen Steine nicht und kann die gar nicht so perfekt alle erkennen. Und deswegen... Quarzitis rot. Habe ich den Kies... Ja, ja. Habe ich den Kies... Ja, ja. Habe ich den Kies gerade nicht so schnell erkannt. I'm sorry. Ja. Und mit deinem Blick auf die Uhr sage ich, tschau, bis zum nächsten Mal, Leute! Tschüss!